Hallo, hier ist wieder eure Garten für Maya mit einem kurzen Video. Ich habe irgendwas im Schlaf gemacht an meiner Lippe, aber ich weiß nicht was. Jetzt habe ich letzte Nacht gespürt, dass da irgendwas passiert ist, aber... Hm, was genau weiß ich nicht. Ich habe mal eine Frage an die Zuschauer hier unter euch. Logischerweise an die Zuschauer unter euch. Habt ihr noch ein Festnetztelefon? Und falls ja, habt ihr auch immer Probleme mit diesem Callcenter anrufen? Ich hatte unser... Also wir haben noch ein Festnetztelefon zu Hause. Und ich hatte unser Telefon ausgesteckt für irgendwie, keine Ahnung, einen Monat oder so. Ich weiß gar nicht, aus Versehen. Also ich wollte es nur kurzzeitig ausstecken, damit halt irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr warum. Und dann ist mir nach einem Monat irgendwie aufgefallen, Ey, unser Telefon ist gar nicht mehr angeschlossen, unser Festnetztelefon. Und dann habe ich vor ein paar Tagen das Telefon wieder eingesteckt, also dass man uns wieder erreichen kann. Und dann fing es direkt wieder an mit dem Anrufbeantworter, der ungelogen innerhalb von vier Wochen oder so mir jetzt, ich weiß gar nicht, von 40 Anrufen berichtet hat. Und das war, ich glaube, es war ein einziger Anruf von unserer Zahnarztpraxis, die an den Termin erinnern wollten. Und alle anderen Anrufe, die eingegangen sind, waren irgendwelche Scam-Fake-Callcenter-Anrufe. Und dann habe ich mir das angehört auf dem Anrufbeantworter, das hat einfach nicht aufgehört. Und so bei der Hälfte der Anrufe habe ich jetzt angefangen, wieder am Computer mitzuschreiben, um die Nummern dann quasi zu sperren manuell. Und das sind dann so Nummern wie, hier habe ich eine 0044292264 und so weiter. Ich werde jetzt nicht genau sagen, welche Nummer das ist. Oder 0588770 und so weiter. Oder eine Nummer, richtig lustig, 040658000, das hat gar nicht mehr aufgehört. Manchmal werde ich da ein bisschen paranoid. Und dann denke ich mir so, also so Albträume, die ich nachts habe, sind eher schon manchmal so Telefonalbträume, wo irgendwelche gruseligen Leute mich anrufen. Und deswegen bin ich das manchmal, bin ich ja, oder man kennt es ja auch in so Horrorfilmen, wenn man ans Telefon geht und dann wird man nur angeatmet oder so, oder da passiert irgendwas Merkwürdiges. Und so komme ich mir hier manchmal auch vor mit diesen Anrufen. So, man darf ja nicht rangehen, man sollte nicht rangehen. Wenn man rangeht, sollte man erst recht nichts sagen. Und manchmal ist es auch so, die rufen halt an. Und wenn man dann rangeht, legen die einfach auf. Also manchmal habe ich das Gefühl, diese Nummern haben den einzigen Nutzen, überhaupt zu terrorisieren. Oder, um vielleicht nachzugucken, ob diese Nummer quasi noch aktiv benutzt wird oder so. Wobei ich schon schockiert war. Das Telefon war jetzt über einen Monat ausgesteckt und das fängt trotzdem jetzt wieder an mit diesen Anrufen. Also die haben da wirklich dieses automatische System oder was, das ist immer und immer und immer wieder versucht. Ich weiß überhaupt nicht, wo unsere Nummer da eingespeichert worden ist, wie das passieren konnte, dass die so gefühlt weltweit überall verbreitet worden ist. Mag vielleicht daran liegen, dass das eine sehr alte Telefonnummer auch ist, die schon seit Jahrzehnten existiert. Aber sobald ich mal hier ausgezogen bin, sobald wir hier wegziehen, eventuell ist ja dann auch eine Vertragsänderung oder so, werde ich mir auf jeden Fall einen Vertrag suchen, respektive einen Anbieter ohne Festnetztelefon. Weil ich benutze das Telefon gar nicht mehr. Und wenn, dann benutze ich es tatsächlich nur um, wenn man irgendwo mal was bestellt und man muss eine Telefonnummer angeben, nutze ich meistens diese, eben weil das schon eine Telefonnummer ist, die diese ganzen Scam-Anrufe abfängt und so. Und sowas will ich nicht noch bei meinem Handy haben. Aber ja, das würde mich mal interessieren. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch von diesem Telefon Terror dauerhaft betroffen seid oder nicht. Also wirklich, so an schlimmen Tagen rufen hier fünf oder sechs verschiedene Nummern an, die halt alle zu diesem selben Verein gehört, wo man auf keinen Fall rangehen sollte. Ja, finde ich auf jeden Fall schon krass. Was ich auch krass finde, ist selten, aber es kommt vor, dass zum Beispiel, also wir sind ja bei der Telekom, und dann kommt es auch manchmal vor, dass die Telekom einen anruft und terrorisiert, wo ich mir so denke, okay, was erwarten die sich davon, ihre quasi ihre eigenen Kunden zu terrorisieren oder irgendwelche neuen Angebote zu machen. Oder total oft stehen die Telekom-Mitarbeiter auch bei uns im Globus und wollen einem halt irgendwelche Vertragsänderungen aufschwatzen oder gucken, ob man den Vertrag irgendwie vergünstigen kann oder so. Was ja eigentlich nett ist, aber meine Theorie dahinter ist, dass ich quasi den Vertrag nicht umschreiben lasse, sondern dass ich quasi wie einen neuen Vertrag buche, der dann ja auch wieder eine gewisse Vertragslaufzeit hat. Also, dass ich jedes Mal, wenn ich da hingehe und die sagen, wir haben jetzt ein besseres Angebot, dass ich dann am Ende wieder einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag habe oder so, aus dem man dann am Ende nicht rauskommt. Das ist so meine Theorie, die ich dahinter habe. Also, manchmal versuche ich diesen Telekom-Mitarbeitern im Globus da auch aus dem Weg zu gehen. Beziehungsweise, ich bin ja weniger der Mensch, der dann einfach weitergeht und so tut, als würde er sie ignorieren. Aber ich sage da manchmal schon so, dass die Bitte mich nicht schon wieder fragen soll. Weißt du, da geht man da, keine Ahnung, dreimal hin zum Globus, dreimal stehen die da und dreimal wird man angesprochen. Einmal hat man das Angebot vielleicht sogar angenommen und dann, ach, ich weiß auch nicht, finde ich manchmal ganz schrecklich. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt das mal in die Kommentare, ob ihr auch diese Probleme habt. Und falls ja, ob ihr irgendeine Lösung gefunden habt, um diesen Telefon-Terror wirklich zu umgehen. So, also, keine Ahnung, die einzige Möglichkeit, die ich halt sehe, ist immer wieder, mir diese Nummern aufzuschreiben und dann halt zu blockieren. Wir haben auch noch so ein altes Telefon, da kann man nicht beim Telefon, also man sieht bei uns beim Telefon tatsächlich nicht, was ja eigentlich Standard ist, aber bei uns beim Telefon sieht man nicht, wer angerufen hat, wie in so einer Verlaufsliste, sondern es ruft halt einer an und wenn ich nicht während die Person anruft, mir die Nummer aufschreibe und die Person wieder auflegt, ist die Nummer weg. Außer der Anrufbeantworter sagt mir dann später nochmal schön, ganz langsam, welche Nummer der jetzt genau angerufen hat und ich dann schnell mitschreibe. Es ist manchmal so schrecklich. Ah, jetzt klingelt es auch noch an der Tür. Moment. Gut, hätten wir das auch erledigt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich wollte noch darauf hinaus. Man hat schon so viel Stress, alles nervt einen so und überhaupt und dann kommt immer noch irgendwas oben drauf, wo man sich so denkt, warum hat das nicht alles schon gereicht? Also ich bin ja kurz davor, das Telefon einfach wieder auszustecken und nie wieder einzustecken. Ich hatte auch mal geschaut, bei der Telekom gibt es keinen Vertrag ohne Festnetztarif irgendwie. Ähm, als es einfach nicht mehr war mit diesen Anrufen, mit diesen Generve die ganze Zeit. Vor allem, ich denke mir ja immer, wenn ich was verkaufen wollen würde oder so, oder je nachdem, was die halt da von einem wollen und man das halt auf normale Art und Weise machen würde, dann würden vielleicht auch mehr Leute sagen, okay, ich mach da mal mit oder so. Aber das ist halt schon immer, daran sieht man, ob man, äh, etwas tun oder nicht tun sollte, wenn es halt, ja, keine Ahnung, das ist oft so, wie wenn viele Influencer ein bestimmtes Produkt bewerben. Das ist oft gar nicht so das Zeichen dafür, dass es wirklich ein gutes Produkt ist, sondern es ist viel eher ein Zeichen dafür zum Teil, dass es ein Produkt ist, das so schlecht ist, dass es von sehr vielen Leuten beworben werden muss. Muss man sich mal drüber nach, äh, Gedanken drüber machen. Ich meine, hat jemals schon mal jemand Werbung für Toilettenpapier im Fernsehen oder so gesehen? Oder, ja, für Kleidung sieht man schon öfter mal Werbung, ne? Aber auch nicht so oft. Aber mir geht es ja so darum, die Sachen, die man wirklich brauchen könnte, das sind die Sachen, für die wird eigentlich keine Werbung gemacht. Eben, weil das ja auch die Sachen sind, die man immer kauft und die Sachen, die halt irgendein Scheiß ist, was halt keiner will oder keiner braucht, das ist ja meistens das Zeug, wovor wirklich viel Werbung gemacht wird. Also ist so meine Meinung. Finde ich, könnte man mal drüber nachdenken. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch ständig von Telefon-Terror betroffen seid und wir sehen uns in einem anderen Video wieder. eure genervte Anruf-Maya von Mayas Insel. Tschüss.